So meine Lieben, heute ist der 16. Oktober. Ich bestücke heute meine erste Ausstellung für das Jahr 2014. 20 Vögel bringe ich zum Städtederby. Das ist jetzt nicht die absolute Elite meiner Vögel, aber es sind doch schon einige sehr gute Vögel dabei. Viele gelb gescheckte Konsorts habe ich mitgebracht. Allein acht Stück davon. Schwarz-gelb gescheckte Corona, schwarz-gelb gescheckte Corona und eine sehr kurze schwarz-gelb gescheckte Corona Henne. Einer der schönsten Vögel ist diese gelb gescheckte, braune Corona Henne. Hier auch eine schwarz-gelb gescheckte Corona Henne mit einem relativ heftigen Kopf. Vielen Dank.